Die Enteckerzone. Ab Montag immer um 17 Uhr. Welche Ausrede habt ihr heute? Du kannst Latein sprechen? Oh, das klingt, als hättet ihr wirklich die Hausaufgaben gemacht. Gute Arbeit, Kinder. Kommt herein. Oh yeah! Dennis Fletcher! Dennis Fletcher! Dennis Fletcher! Dennis! Fletcher! Ruby! JT! Tauter! Dennis Fletcher, Dennis Fletcher, Dennis Fletcher Blattastig! Endlich viel Wissen Endlich? Unendlich trifft's viel besser! Besser! Wir zählen Sand und durchforsten den Wald. Wir backen uns Eis und spazieren im All. Es gibt echt unendlich viel zu entdecken. Wow, die Entdeckerzone. Ab Montag immer um 17 Uhr. Happy Birthday, Togo! Alles klar, Kinder? Ei, ei, Captain! Geht das nicht lauter? Ei, ei, Captain! Oh, wer wohnt in der anderen, das ganz tiefe Meer? SpongeBob, Schwammkopf! Saugstarren, Gelb und Porös und zwar sehr! SpongeBob, Schwammkopf! Wenn der Sinn nach Pazif ist, dem Blödsinn euch steht! SpongeBob, Schwammkopf! Dann schminkt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät! SpongeBob, Schwammkopf! SpongeBob, Schwammkopf! SpongeBob, Schwammkopf! SpongeBob, Schwammkopf! SpongeBob, Schwammkopf! What?! Auf! Einige Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bitte hier entlang. Da seht ihr's. Zu Blasen kann einem viel einfallen. Jetzt aber schnell. Gleich geht's hier los mit Angelo. Oh, Hallöchen. Also mehr geht echt nicht. Hey Leute, Togo wird 20 und feiert das mit richtig vielen Geschenken. Ja, Geschenke. Aber nicht für Togo, sondern für dich. Auf www.togo.de kannst du mitfeiern und täglich eine coole Geburtstagsüberraschungsbox gewinnen. Sogar mit einer Popcornmaschine. Ähm, Simon, könntest du mir vielleicht hier raushelfen? Später vielleicht. Ich geh auf www.togo.de Jetzt kommt die Werbung.